Wie lange dauert es, bis du von Amazon FBA leben kannst, beziehungsweise auch, ist es überhaupt möglich und kann man das als Vollzeitjob machen? Erst einmal, bevor wir hier heute loslegen, möchte ich euch allen ein frohes, glückliches und vor allem auch erfolgreiches Jahr 2020 wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid. Ich habe mich mega gefreut über die ganzen Kommentare letztes Jahr auf diesem Channel. Für die Leute, die neu sind, ja, auf dem Kanal sind sehr, sehr viele Videos schon zum Thema FBA dabei. Ich möchte einfach mal Danke sagen. In den nächsten Tagen erwartet euch auch eine extrem große Sache, an der ich sehr, sehr lange gearbeitet habe, in die sehr viel Zeit und Wissen reingeflossen ist, die auf jeden Fall unglaublich krass dabei weiterhelfen wird, wenn ihr 2020 mit Amazon entweder anfangen wollt oder es einfach hochskalieren wollt, wenn ihr schon verkauft. Aber wir wollen heute über ein anderes Thema sprechen und zwar darüber, wie sieht das aus mit Amazon Vollzeit? Ab wann kann ich wirklich davon leben? Denn die meisten Leute sind ja einfach so aufgestellt, das war bei mir damals so. Ich wollte natürlich ein Online-Business machen. Ich habe in der Zeit noch gearbeitet, 12, 13, 14 Stunden, ganz normal. Ich netze immer 9 to 5, auch wenn es von der Zeit her nicht gepasst hat. Aber diese Standardjobs sozusagen und wollte da natürlich schnellstmöglich raus. Und ich glaube vielen Leuten geht das auch so, dass man einfach, das ist ja auch klar, man hat seine Träume, man hat seine Ziele, man will vielleicht mehr Urlaub machen können, man will ordnungsunabhängig arbeiten können, mehr Zeit für die Familie etc. Und man möchte das Ganze natürlich immer so schnell wie möglich haben. Natürlich ist nicht alles wächst auf Bäumen und fällt runter und wir können es einfach aufsammeln, sondern bis wir da hinkommen, ist es ein ganzes Stück Arbeit und es ist auch natürlich eine bestimmte Zeitperiode, die dazwischen liegen muss, einfach damit sich so ein Geschäft entwickeln kann. Also ganz wichtig zuerst einmal ist es zu verstehen, dass Amazon FBA ein kapitalintensives Business ist. Du verdienst im Grunde genommen hier nicht Geld, indem du Zeit investierst. Ob du für die Produktfotos jetzt 5 Stunden brauchst oder 20 Stunden brauchst, ist im Grunde genommen egal. Wichtig ist am Ende die Qualität. Ob du jetzt 50 Stunden oder 200 Stunden dein Produkt suchst, ist im Grunde genommen egal. Am Ende zählt nur das Produkt selbst. Und letztendlich zählt am Ende, wie viel Geld du zur Verfügung hast natürlich auch, um Produkte zu kaufen. Und natürlich dann aber auch wieder, um das Ganze hoch zu skalieren. Das heißt, dein zweites Produkt auf den Markt zu bringen, dein drittes, dein viertes, dein fünftes Produkt auf den Markt zu bringen und so dein Einkommen zu skalieren. Und das Wichtige ist hier aber, verhältnismäßig zu anderen Geschäftsmodellen, ist das natürlich am Anfang so, dass es länger braucht, bis du wirklich Geld rausziehen kannst. Wenn du jetzt, sage ich mal, T-Shirts betrunken lässt, dann bist du vielleicht, vielleicht, gut, ich weiß nicht, wie man damit wirklich Geld verdienen kann, aber sagen wir mal, man ist nach 6 oder 7 Monaten bei 1000 Euro im Monat. So, diese 1000 Euro im Monat könntest du ja im Grunde genommen rausnehmen. So, das würde jetzt dein Geschäft nicht wirklich schädigen. Wenn du bei Amazon bist, sagen wir mal, du bist nach 6 Monaten bei 3-4.000 Euro Gewinn pro Monat, dann musst du dich entscheiden. Nimmst du diese 3-4.000 Euro raus, davon kann man ja in Deutschland zumindest sehr, sehr gut leben, oder sagst du, hey, ich lasse diese 3-4.000 Euro drin und fördere damit langfristig mein Wachstum, weil ich dieses Geld ja wieder benutzen kann, um noch mehr Produkte, um mein viertes Produkt oder mein fünftes Produkt auf den Markt zu bringen und damit wiederum 1-2.000 Euro pro Monat zu verdienen. Und diese Entscheidung muss man treffen und davon hängt es letztendlich auch ab, wie schnell man wächst und wie schnell man in der Lage ist, von Amazon zu leben, beziehungsweise auch, wo man hin will, denn das ist der entscheidende Punkt. Wie schnell kann man von Amazon FBA leben? Im Grunde genommen, wenn du ein Produkt hast, was 2-3.000 Euro Gewinn produziert, lass es 5.000 Euro sein, natürlich auch, mit wie viel du Startkapital anfängst, aber dann kannst du im Grunde genommen sagen, okay, ich kann jetzt von meinem Geschäft leben. So, nimmst du das ganze Geld raus, nimmst du raus, nimmst du raus, das geht vielleicht 1,5-2 Jahre gut und auf einmal macht dein Hersteller pleite oder es passiert sonst irgendwas, dass dein Produkt, das, was du hast, sich nicht mehr so verkauft, wie es war. So, dann stürzt dieses Einkommen im Grunde genommen zusammen, du stehst mehr oder weniger wieder auf dem Punkt Null, weil du nie dein Wissen, was du dir mal angeeignet hast, reproduziert hast, hast du wahrscheinlich in diesem Zeitraum alles vergessen und bist ein bisschen am Arsch. So, wie kannst du das Ganze verhindern? Du gehst hin, hast dein Produkt, machst 3-4.000 Euro Gewinn, nimmst dir nichts raus. Das sind, lass es 3-4 Monate sein, dann hast du das Geld zusammen, um dein zweites Produkt zu machen. Jetzt kommt dein zweites Produkt an den Markt. Jetzt verdienst du im Monat schon das Doppelte. Du bist jetzt schon bei 4.000 Euro. Du musst aber die Disziplin haben, dass du das Geld auch nicht rausnimmst. Dann sagen wir mal, sind wir bei 7, 8 Monaten angekommen. So, und jetzt hast du wieder die Summe zusammen und kannst dich wieder entscheiden dazwischen, ob du das Geld für dich haben möchtest oder ob du sagst, hey, dieses Geld investiere ich in mein drittes Produkt. Es kommt immer darauf an, wo man hin will. Ich sage dir mal, Amazon FBA ist ein Business, was dazu da ist, viel Geld zu verdienen, nicht um wenig zu verdienen. Entweder man verdient da gar nichts oder man verdient viel. So, jemand, der 2.000, 3.000 Euro durchschnittlich im Monat verdient, ist entweder am Anfang oder macht irgendwas grundlegend falsch. Denn du musst es dir einfach so vorstellen, wenn du wächst und deine Produkte immer, immer, immer mehr Produkte hast und sagen wir mal, du stehst irgendwann bei 15.000 bis 20.000, dann, pro Monat, dann ist die Zeit gekommen, wo du natürlich mal sagen kannst, okay, ich kann jetzt 2.000, 3.000 Euro da rausnehmen, ohne dass dein Geschäftsmodell, ohne dass dein Wachstum dadurch großartig eingeschränkt wird. Und dahinter liegt meiner Meinung nach auch diese extreme Kraft bei Amazon. Du hast einfach, wenn du einmal wirklich ganz genau dieses System, diese Strategien allesamt verstanden hast, wie bringe ich mein Produkt nach oben, wie funktioniert Amazon SEO, wie funktioniert dieser Algorithmus, wie finde ich wirklich extrem potenziell gute Produkte, dann kannst du hingehen, wenn du es einmal geschafft hast, und dieses Wissen immer und immer wieder reproduzieren. Was aber wichtig ist, neben dem Wissen brauchst du auch das Geld. So, ohne das kannst du es einfach nicht machen. Deswegen ist meiner Meinung nach so, dass Amazon Vollzeit erst so nach 6 bis minimal, so 12 Monaten, ein Jahr erst möglich ist. Du solltest lieber in der Zeit vorher dein Geld reinvestieren in dein Unternehmen, ins Wachstum stecken und deinen Gewinn hochskalieren. Ich sage euch ganz ehrlich, das was hier auf euch wartet 2020 auf dem Channel, das ist nichts für Leute, die 3, 4, 5.000 Euro im Monat verdienen wollen. Die müssen den Kanal deakonieren, die müssen weg. Mit denen will ich gar nicht mehr arbeiten, weil das Mindset so eingeschränkt ist. Ich will wirklich weiter nach oben. Ich will dahin, wo die Leute sind. Und da gibt es extrem viele von, die einfach Bock haben, auf wirklich Kohle zu verdienen und auch in der Lage sind, mal zu sagen, hey, ich ziehe mal ein Jahr durch. Ich ziehe mal zwei Jahre durch. Dass es wirklich vorangeht. Und bei mir ist das auch so. Ich habe mein erstes Jahr gar nicht einen einzigen Euro da rausgenommen. Ich habe sogar immer noch was dazu gesteckt, damit ich noch schneller wachsen kann, noch mehr Produkte habe, noch mehr Geld pro Monat verdienen kann. Und dann, ja, so gut, es sind eher gesagt sogar anderthalb Jahre gewesen, wo ich nichts rausgenommen habe. Und dann habe ich mal angefangen, okay, jetzt nehme ich mal 2.000, 3.000 Euro pro Monat einfach raus und investiere das aber in anderes. Ich brauche nicht so unglaublich viel Geld zum Leben, so 2.000 Euro. Ich bin ja größtenteils in Asien. Reichen vollkommen aus, um zu leben wie Kaiser so und so. Also auch das ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass du mal so dadurch so einen Überblick bekommen hast, wie das sich auch zeitlich verhält, dass es eben nicht bei Amazon FBAs so ist. Du fängst damit an und morgen kannst du davon leben. Das ist nicht der Fall. Auch wenn du viel Startkapital hast, ist das definitiv nicht der Fall. Ich würde es immer so machen, dass ich in diesem Business wirklich mein Geld so lange lagere, so lange reinvestiere, bis ich das, was ich rausnehme, keinen Einfluss mehr darauf hat, wie schnell ich wachse, beziehungsweise ich einfach so viel Geld zur Verfügung habe, dass ich gar nicht mehr weiß, okay, welche Produkte soll ich jetzt als nächstes machen oder dass die Ressourcen an Zeit dann knapp werden. Also, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, das Video motiviert dich auch, bringt dich auch voran, weil du siehst aber, was möglich ist, wenn du das Geld reinvestierst, reinvestierst, wenn du nicht direkt reingehst und alles rausholst. Und wenn dem so ist, wenn du Bock drauf hast, abonniere den Kanal. Würde ich mich mega drüber freuen oder teile es. Zeig es deinen Freunden, zeig deinen Freunden, hey, FBA, geiles Geschäftsmittel, extrem viel Potenzial. Vielleicht findest du da sogar einen potenziellen Partner. Und dann sehen wir uns definitiv wieder hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.